Wie ich höre, gibt es Neuigkeiten von der Trophäer bezahlt. Wir schalten um zum Bürgergeber. Ja, ganz genau. Es ist wirklich sensationell. Der erste Läufer ist jetzt gerade, man sieht es hier sehr deutlich im Nebel, er ist gerade angekommen. Hier, er überholt die Leute, die im Moment am Ausstecken der Piste sind. Da oben ist die Spitze der Fänzchenstecker und da ist bereits der erste Läufer. Es sind unglaublich schwierige Bedingungen, aber die besten Läufer sind voll. Sieht man ihn? Da, da, ich sehe ihn. Jetzt kommen die hier, die nächsten. Die Verfolgergruppe ist schon sehr nahe hier. Ai, ai, ai. Die Bedingungen sind schlecht. Die Köpfe sind tief geneigt, um gegen den Wind anzukommen. Der Wind, sehr stark durchsetzt von beißendem, stechendem Schnee. Ganz sensationell. Und der Spitzenläufer fliegt den Berg hinauf. Es ist sensationell. Hier haben wir wieder. Schau, schau, schau. Angriff Nummer 3. Überholt in diesem Moment. Ai, 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 ai. Ai, 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 das ist fantastisch spannend hier oben. Ja, ich gebe zurück ins Studio. Nicht ohne zu erwähnen, dass hier unten eine größere Gruppe, ein Verfolgerfeld, weit, weit abgehängt. Ai, das sind 20 Minuten. Locker. Locker. Ai, jetzt verschwindet gerade dort oben. Dort. Ich sehe ihn noch. Jetzt verschwindet er. Ai, 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 ai. Ja, jetzt verschwindet er.